Der Dragon Shrine Slot Hi, hier ist Frankie von den Casino News. Quickspin präsentiert den Dragon Shrine Slot. Ich starte mit diesem Slot eine spannende und unterhaltsame Reise ins Reich der Drachen. Es ist ein Fünfwalzenspiel mit 40 Gewinnlinien. Der Dragon Shrine oder der Drachenschrein verfügt über Spielkarten und Edelsteine als die häufigsten Symbole. Natürlich gibt es auch das Drachensymbol und auch ein Tempelsymbol, das als Scatter fungiert und ein Wild-Symbol. Das Dragon Stack Wild Spin Future wird ausgelöst, sobald ein voller Stapel Drachen auf der ersten Walze landet. Die erste Walze rastet ein, zusammen mit dem Rest der Drachen und den Wilds auf der ganzen Linie. Dann drehen sich die Walzen drei weitere Male. Alle Drachen und Wilds werden gesperrt. Nach dem dritten Spin erhältst du deine Gewinne auf allen aktiven Auszahlungslinien. Die zwei Möglichkeiten mit Freespins zu gewinnen. Mit dem Scatter-Symbol bekommst du Freespins. Bis zum nächsten Mal. Hat dir dieses Video gefallen? Dann like es, gib ihm einen Daumen nach oben. Abonniere meinen Kanal, damit du als erstes informiert wirst, wenn es was Neues oder Interessantes in der spannenden Welt des Online-Gamblings gibt. Besten Dank für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Video.